Hallo, ihr fabelhaften Krebsgeborenen und Krebsaszendenten, herzlich willkommen zu eurem Monatshoroskop Liebe und Leben im April mit eurer Astrologin Antonia Langsdorf. Die Liebe geht bei euch diesen Monat richtig unter die Haut. Kuschelig, zärtlich oder intensiv und fesselnd, für euch ist alles drin. Wenn ihr mehr über eure ganz persönlichen Sterne wissen wollt, berate ich euch gerne. Ihr erreicht mich über meine Homepage oder mein Kundentelefon. Die Infos dazu verlinke ich unten in der Videobeschreibung und hier auf der Infokarte. In meiner Verlosung gibt es diesmal ein Sternzeichen-Kollier, so wie dieses hier zu gewinnen. Und wie ihr daran teilnehmt, das erfahrt ihr am Ende des Videos. Also bleibt dran. Wenn ihr euer Jahreshoroskop angeschaut oder in meinem Buch gelesen habt, dann wisst ihr ja schon, dass eure Beziehungssterne äußerst spannend stehen. In diesem Monat habt ihr das Glück, dass die Liebesplaneten sehr harmonisch für euch stehen. Das heißt, wenn es bei euch Beziehungspotenziale gibt, bekommt ihr in diesem Monat Zugang dazu und die Dinge können in Gang kommen. Wenn ihr schon lange auf jemanden ein Auge geworfen habt, dann könnt ihr jetzt in Kontakt kommen. Und wenn ihr euch in einer festen Beziehung gemeinsam mit dem Partner weiterentwickeln wollt und endlich mal wieder intensive erotische Momente erleben wollt, ist dazu jetzt die Gelegenheit. Über die Ostertage ist es noch ein bisschen stressig. Wir haben ja Ende März einen Vollmond, das zeige ich euch mal eben, der in ziemlicher Spannung zur Krebssonne steht. Und vielleicht wird es euch in der Familie alles ein bisschen viel. Vielleicht hängt auch der Haussegen mit dem Partner schief, aber nicht mehr lange. Der Monat beginnt mit der Sonne, Merkur und Uranus im Widder. Das ist schon eine gewisse Spannung zur Krebssonne und auch auf euer Partnerhaus. Bei den Geburtstagskindern hat sich gegenüber dem März jetzt nicht viel geändert. Nur diese Planeten haben sich etwas weiter bewegt. Unruhestifter Uranus, hier steht jetzt quer zur Sonne der Geburtstagskinder vom 16. bis 23. Juli. Und die Lilith fordert die Geburtstagskinder vom 7. bis 13. Juli heraus. Wenn ihr den Aszendenten im Krebs habt, und zwar zwischen 15 und 19 Grad, zeigt sie Auseinandersetzungen an, vor allem um heimliche Affären oder auch eine Konkurrentin. Mehr dazu könnt ihr euch im Jahresroskop Teil 1 anschauen oder im Buch nachlesen. Jetzt aber zu den guten Nachrichten. Die Venus steht im Stier und bleibt dort bis zum 24. April. Und das ist ein sehr schöner Aspekt für eure Freundschaften und eure Partnerschaft. Vom 5. bis zum 18. April ist eine super schöne harmonische Phase für euch. Denn in dieser Zeit wird sich die Venus innig mit dem Mars und auch den übrigen Planeten hier im Steinbock bei euch im Partnerhaus verbinden. Und wenn dieser Aspekt vorüber ist, wird er abgelöst durch einen Harmonieaspekt von Jupiter bis zum Ende des Monats. Eigentlich ist das ja ein bisschen heikel, denn ihr habt ja den Mars im Partnerhaus stehen. Und ihr werdet wahrscheinlich in vielen Horoskopen lesen, dass ihr euch jetzt andauernd mit eurem Partner streiten werdet. Aber ich lehne mich aus dem Fenster. Ich wage zu sagen, weil wir eben diese Verbindung von Venus und Mars haben in dieser Zeit, sehe ich das eher als Chance und sehe da eben eher, dass eine Dynamik in eure Partnerschaften kommt. Aber natürlich solltet ihr schon Grundsatzdiskussionen vermeiden und jetzt nicht gerade heikle Streitthemen ansprechen, vor allen Dingen, weil ja der Merkur auch noch rückläufig ist und dann auch noch in Spannung zu dem Mars steht. Also wenn ihr da so intellektuell den Ball lieber flach haltet, auch nicht rumsticheln und auch nicht provozieren, sondern eben eher auf dieses intime, kuschelige Potenzial geht, denke ich, könnt ihr da sehr, sehr schöne Stunden erleben. Und ihr solltet euch vornehmen, alles, was vorher vorgefallen sein mag, zu vergeben und zu vergessen, um diese intensiven, schönen Konstellationen auszunutzen. Ihr könnt euch mit eurem Partner wieder näher kommen oder einen spannenden Flirt voll auskosten. Vorsicht nur, wenn ihr Single seid und ganz zum Ende der dritten Dekade Geburtstag habt. Ihr lauft dann Gefahr, euch in jemanden zu verlieben, der zwar super aufregend erscheint, aber nicht wirklich zu euch passt und der sich nachher als schwierig oder eifersüchtig entpuppt. Davon abgesehen ist aber diese Phase im April sehr gut geeignet, um eure Partnerschaften zu vertiefen und Vertrauen aufzubauen. Schwierig wird es, wenn ihr in eurer Beziehung unglücklich seid oder sich eine Situation nicht retten lässt. Denn gegen Ende des Monats können sich dunkle Schatten bei eurem Partner zeigen. Ich denke da vor allem an Eifersucht oder dass jemand versucht, euch unter Druck zu setzen oder Kontrolle auszuüben. Das ist aber nur, wenn es ganz schlecht läuft. Wenn es gut läuft, könnt ihr mit euren Herzallerliebsten neue Dimensionen der Liebe erleben, gemeinsam ein Tabu überwinden oder etwas Neues, Superheißes ausprobieren. Um die Monatsmitte herum könnt ihr dann in die Energie der Transformation und Heilung und Erneuerung eintauchen. Am 15. wird der Merkur wieder direktläufig, am 16. haben wir einen inspirierenden und aufregenden Neumond im Widder und am 17. wechselt heiler Planet Chiron ins Zeichen Widder. Ein Wermutstropfen ist, dass diese Energie in Spannung zur Krebssonne steht. Seht ihr hier an den roten Aspekten. Und das kann also sein, dass diese Impulse nicht unbedingt leicht und harmonisch zu euch fließen, sondern euch durchaus aufrütteln oder vielleicht aus eurer bisherigen Haltung herausreißen, sodass ihr das erstmal als störend empfindet. Aber ihr solltet diese Transformationsenergie willkommen heißen. Als Krebsgeborene habt ihr das Talent, euch immer weiterzuentwickeln und an Herausforderungen zu wachsen. Wenn Chiron in den Widder geht, wird er euch in den kommenden Jahren herausfordern, indem er euch mit euren Schwächen konfrontiert und euch auffordert, euch liebevoll so anzunehmen, wie ihr eben seid. Krebse sind meistens sehr gut darin, sich liebevoll anderen zuzuwenden, aber ihre eigenen Bedürfnisse hinten anzustellen. Das soll sich jetzt ändern. Denkt an die Mutter, die für sich selbst sorgen muss, damit sie genug Kraft hat, sich um ihr Kind zu kümmern. Ich hatte die Eingebung, dass ihr euch für die Neumond-Meditation mit eurem inneren Kind beschäftigen solltet. Seid ihr mit euch im Reinen? Könnt ihr euch neuen Impulsen unbefangen wie ein Kind öffnen? Könnt ihr dem Leben vertrauen? Könnt ihr euer inneres Kind liebevoll umarmen? Ich glaube, dass dies in den kommenden Jahren für die Krebse ein großes Thema und eine Chance zur Heilung wird. Nicht nur durch den Wechsel von Chiron in den Widder, sondern auch, weil der Mondknoten ab November durch den Krebs laufen wird. Und in diese Energie könnt ihr eben Mitte April schon mal hineinspüren und eure Erfahrung damit machen. Falls ihr wichtige Erkenntnisse habt, schreibt sie euch auf, damit ihr das später nochmal reflektieren könnt. Am 20. April morgens um 5.12 Uhr geht die Sonne dieses Jahr ins Zeichen Stier und damit in einen sehr vorteilhaften Aspekt zur Krebssonne. Sie aktiviert dann für die kommenden vier Wochen euer Freundschaftshaus und wird sich positiv mit den Planeten in eurem Partnerhaus verbinden. Das heißt, ihr habt auch im Mai noch sehr schöne Zeiten für eure Partnerschaft zu erwarten. Aber nicht nur Harmonie und Friede, Freude, Eierkuchen, sondern echte gemeinsame Entwicklung. Und das ist manchmal vielleicht auch unbequem, aber es bringt euch gemeinsam weiter. Am 24. April geht die Venus in die Zwillinge und damit in euer zwölftes Sonnenhaus. Wundert euch nicht, wenn ihr dann trotz aller Liebe auch mal Zeit für einen Rückzug und für euch selbst braucht. Das ist ganz normal. Solange ihr das mit eurem Schatz liebevoll kommuniziert, denke ich, dass er auch Verständnis dafür haben wird. Das lange Wochenende zum Tanz in den Mai solltet ihr aber mit netten Leuten oder eurem Herz allerliebsten feiern. Es beginnt mit einem sehr sinnlichen Vollmond in der Nacht zum 30. April. Der steht sehr harmonisch zur Krebssonne und lässt es auch erotisch für euch prickeln. Und diese Konstellation setzt sich fort bis zum 1. Mai. Der Tanz in den Mai geht ja auf das Fruchtbarkeitsfest Beltane zurück. Und wenn ihr allein stehen seid, könnt ihr das Fest der alten Göttin auch ganz spirituell oder durch ein Ritual mit Freundinnen feiern. Das waren eure Konstellationen im April. Falls ihr mehr über eure finanziellen und gesundheitlichen Aussichten wissen wollt, solltet ihr eine Beratung bei mir buchen. Denn diese Themen, die sind so persönlich, die deute ich lieber, wenn ich das individuelle Geburtshoroskop vor mir habe. Die Infos dazu habe ich hier auf der Infokarte und unten in der Videobeschreibung verlinkt. Mein nächstes Webinar, Antonias Sterne, ist am Freitag, den 6. April um 17 Uhr. Da könnt ihr mir wieder eine Frage zu eurem Horoskop stellen. Und danach gibt es wieder einen Termin am 11. Mai um 17 Uhr. Falls ihr den Workshop Saturnprobleme heilen verpasst habt, kein Problem. Ihr könnt das Video vom Workshop auch nachträglich noch buchen. Dann bekommt ihr auch alle Unterlagen und Infos mit dazu. In meiner Verlosung gibt es diesmal eins meiner Sternzeichen-Kolliers, wie dieses hier, passend zu eurem Zeichen, zu gewinnen. Und wer gewonnen hat, das gebe ich in der kosmischen Schwingung vom Mai bekannt. Falls ihr so lange nicht warten wollt, könnt ihr euer persönliches Collier natürlich auch direkt im Shop bestellen. Es kostet 59,90 und ihr findet den Link zum Shop unten in der Videobeschreibung. Und so nehmt ihr an der Verlosung teil. Postet mir hier einen netten Kommentar und abonniert meinen Kanal. Keine Sorge, das kostet gar nichts. Aber ihr werdet dann immer automatisch von YouTube benachrichtigt, wenn ich neue Videos hochlade. Einfach hier klicken und abonnieren, dann seid ihr bei der Verlosung dabei. Schaut euch bitte unbedingt auch mein Special über Chiron an. Entdecke deinen inneren Heiler. Und falls ihr sie noch nicht gesehen habt, empfehle ich euch auch meine Specials über Saturn und Lilith im Steinbock. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen.